Willkommen, Willkommen, zurück, zurück. Zu zwei Minuten bis zum Raketenstart. Alle Mann an die Stationen mit Herrn Lück. Oh, mein Gott, das ist ein Feuerpon! Da er ist! Open Feuer! Willkommen beim Prinz of Persia. Surrender! Okay, 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 okay. You will not escape that easily. What is that in your pocket? Show me! Mein Handy. Nee, ein Apfel. Uh-uh. Die Matrix in der Hosentasche. Sehr schön. Ich bitte die Symbolik zu verzeihen. Nein! Nein! Huh! Boom! Spitfire! Okay, cool. Mach ihn! Ha-ha-ha-ha-ha! Krawum! Karamba! So sieht der Herr Lück aus. Hallo Herr Lück. Wie geht es Ihnen? B.J. Lückowitsch. B.J. Lückowitsch. Willkommen bei Wolfenstein. Uncut. Uncut. Ich hoffe, ihr regt euch nicht auf über die Symbolik. Ähm. Darüber möchte ich nicht diskutieren. Ich habe das Spiel... Was gibt das hier an Österreich? Und das sollte reichen. Wir spielen das Original mit Untertiteln. Damit ihr nachlesen könnt, wenn ich mal reinquatsche. So. Agent Blazkowitsch. Komm her. Lückowitsch. Ihr mission auf die Turpitz war ein Erfolg, B.J. Sie ist auf der Bauten des Osten. Danke. Aber ich bin mehr über das Medallion, die ich gefunden habe. So sind wir. Dozens von Spezialisten sind jetzt studiert. Was haben sie herausgefunden? Sehr wenig. Aber genug für uns zu gehen. Die Medallion ist ein Symbol, das von ein Obscure Clan von Mystik. Sie haben etwas, die Black Sonn genannt. Wer sie war, wurde seit Jahrzehundert zu verraten, in a cataclysmic event. Then, just a few decades ago, the symbol was adopted by the Thule Society, a German occult group that has a number of high-ranking Nazis among its members. No doubt, some of them are part of the SS Paranormal Division. They are indeed. But even more intriguing than that are the crystals the Medallion contains. They can only be found at one place on Earth. A city in Germany called Eisenstadt. Oh, Eisenstadt. Das ist... Wir sind die Stadt. Very interesting information. This is General Victor Zetta, a rising star in Himmler's Paranormal Division. In the last few weeks, he established a large operation in Eisenstadt. But what they're doing there is unknown. So you think the Medallion was the result of Zetta's work? That's what we need you to find out, Agent Blazkowicz. Your orders are to travel to Eisenstadt, rendezvous with the Resistance fighters, and assess the situation. Sorry to send you back into the field so soon, BJ, but you've dealt with this kind of thing before. You're the only man for the job. Not a problem. When do I get started? Immediately. Travel arrangements have already been made. The best of luck to you, Agent Blazkowicz. Thank you, Sir. Thank you so much, ladies and gentlemen. Begrüßen Sie mit mir Monsieur Lukowicz in einem gespeicherten Spiel. Hier kommen wir an. Hier ducken wir uns. Wir sind leise und langsam. Folgen Sie dem Stern. Komm mit mir. Ihr Kabel ist bereits hier. Oh, oh, oh. Da war schon jemand. Okay, hier rein. Hoppala. Autsch. Hahaha. Ich bin schon weg. Und typisch für ein Activision Spiel, die Shooter-Steuerung ist mal wieder gut gelungen. Zack, zack, zack. Umdrehen. Hoch, runter. Alpha Wolf Zeta. Das ist natürlich Blödsinn. Der heißt General. Oder General. Folgen Sie dem Stern. Vielleicht gibt es... Es gibt ja auch hin und wieder mal Secret Rooms. Haha. Hier zum Beispiel. Ich wusste doch, wir sind... Aha, Gold. Das habe ich gar nicht gelesen, was man mit Gold machen kann. Aber ich kann mir mal ein Video... Okay, das ist ganz normal. Ich kann mir mein Video mir mal wieder angucken. Bei Gelegenheit. Was ist mit dem? Da ist nichts. Wir spielen hier einen ganz geradlinigen Shooter. Der uns... Ja, das übliche. Ich bringe dein Ding. Oh, ich muss dann mal in der... Sehen Sie nach oben? Ja, okay. Haben die Leiter noch hinauf zu gehen. Ja, komm. Machen wir. Aha. Automatisch. Hey, Resistenz. Ja. 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 Okay, machen wir. Hab ich. Gut, mein Freund. Ja, ja. Haha. Okay. Wir haben schon mal wieder einen Kontrollpunkt. Die Kontrollpunkte scheinen relativ... ...gut zu liegen. Ha! Lesen von Informationen mit F. Sammeln Sie Upgrades und Waffen-Upgrades und sammeln... ...und sammeln Sie. Wir lesen mal kurz. Wir lesen mal kurz. Man darf mich nicht sehen. Ist doch klar. Lass mal ins Knie. Und schau mal kurz, Dummkopf! Dass ich da schießen kann. Mal gucken, wie viel die aushalten. Gibt's hier noch Gold? Gibt es hier Gold? Ja, es gibt Gold. Ich hab... Ich hab das Spiel noch nicht gespielt, aber ich kenne... Oh! Los Granators! Ja, ja. Oh, das rumst aber gut, das Ding. Das rumst aber gut. Ihr wolltet es wissen, Jungs. Achtung! Auf dem Kopf ist immer gut, auch wenn der Helm sie schützen tut. Gibt's hier eigentlich... Gibt's hier eigentlich, ähm... ...Punkte für Kopfschüsse? Ich hab noch keine einzige andere Waffe. Ah, erst mal die Scheiben hier kaputt machen. So. Guckt mal die Granaten an! Die Jungs... ...sind... Ah... Zeig dich! Er will sich nicht zeigen. Warum auch? Es gibt zu viele, die zu schützen. Schrauben eine Granate und gehen wir. Ah! Oh! Die hab ich natürlich wieder auf mich geschossen. Dann machen wir das jetzt nochmal. Oh! Ah, der rennt eine kleine Runde. Auch nicht schlimm. Okay, okay, okay. Es gibt immer alternative Wege, das weiß ich. Und es gibt immer Benzinfässer. Das muss man sich merken. Und es gibt immer kleine, aber feine. Gut shooting, hat er gesagt. Und das liebe ich ja so. Everyone to move to Memphis. Ach, man hebt automatisch auf? Ja. BJ, wir müssen gehen, wenn wir diesen Trainern wollen wollen. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Lass mich erst mal hier gucken. Was... Was ist denn das hier? Ah! F. Halten Sie F zum Lesen? Ah! Es ist so lange her, seit wir uns gesehen haben. Mir ist klar, dass du diese Frau wegen ihrer familiären Verbindung geheiratet hast. Aber brauchst du... Ach, komm. Das lesen wir uns auch nochmal durch. Das ist zwar lustig, aber nicht befriedigend. Na, hier ist nichts weiter. Manchmal liegt... Halt! Halt! Liegt da Gold? Nein. Es liegt kein Gold auf Eisenstadt. Es gibt kein Gold. Türen kann man auch nicht aufmachen. Aber man könnte mal da durchgehen. Naja, kommt man nicht rein. Wundert euch nicht, dass die Texturen jetzt nicht die schönsten sind und so. Also, das liegt daran, dass ich das Spiel ja, ähm, bekanntermaßen spiele ich ja die Spiele in letzter Zeit oder seit geraumer Zeit, ähm, nur noch in, ähm, 720p, weil ich der Meinung bin, das reicht vollkommen. Wenn sich da jemand, ähm, daran gestört fühlt, ne, das kann man nicht nehmen. Okay, das heißt, wir müssen das Ding in zum Explodieren bringen, richtig? Da hinten ist noch ein Fass. So. Oder? Müssen wir hier irgendwas machen? Ah, da! Bringen sie den Sprengstoff an. Wo habe ich den denn her plötzlich? Ach, der lag auf dem Tisch, ne? Ah, ich würde gehen. An meiner Stelle. Ja, und jetzt zugucken. Rabimme, rabame, rabum. Gelangen Sie zum Zug. Q-Waffenwechsel. Wieso, das kannst du mit dem machen. Okay. Achtung. Ah! Schön. Weil? Oh, oh. Äh, Granate. Oh, die zerflettern ihre... Oh, oh la la. Ja. Wir laden nach, aber ich glaube, ich muss hier ein bisschen aggressiver rangehen. Ach, Mist, der war daneben. Der ist gut. Der ist besser. Hoch mit dem Kopf. Der next one. Kriegt eine. Granate. Achtung. Wir gucken mal. Am wenigstens hat er keinen Helm mehr gehabt. Ah, Granate, Granate. Achtung. So, wir laden lieber nach und gehen hier hinten lang. Ich glaube, Eric... Das Ding ist gegessen hier. Ja, die MP ist ja auch nicht verkehrt, ne? Ihr habt ja recht. Gibt es hier noch... Ist wahr... Ja, da ist was. Oh! Guck dir das an. Dafür kriegt man Dala. Dala, 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 Dala. Hm, wo geht's denn weiter? Kann man hier hinten noch irgendwas... Ah, kann man hier in die Bahn rein? Kann man nicht springen. Gut, macht ja nix. Achso, warum spiele ich eigentlich in 720p? Soll ich es euch sagen? Weil die... Mehrheit von euch... Ja, sowieso. In... Ich glaube, meine Waffe ist voll hier, ne? Mit 200 Schuss. Weil die Mehrheit von euch sowieso... Oh, was war denn das noch? Achso, die kann man so aufheben oder drüber laufen. Alles klar. Auf dem Handy guckt. Was natürlich völlig legitim ist. Und deswegen habe ich mir gedacht... Nö. Dann... Everyone... Everyone move! Everyone move to Memphis. Ich habe ihn erkannt und ihr fragt euch bestimmt, ja warum macht der Luke eigentlich jetzt plötzlich so viele Spiele mit Nazis? Das ist Zufall. Mist.